Hast du dich am Anfang noch verstellt oder warst du schon, als du angefangen hast zu arbeiten, schon an dem Punkt von wegen, ich bin der Ibu, der ich heute bin, I'm a fucking sunshine, ich mach mein Ding? Sondern warst du noch so, okay, ich fang hier in der Bank an, keiner muss was von meinem privaten Scheiß wissen und ich... Genau so. Damals war ich noch vielleicht ein bisschen zurückhaltender. Also ich bin eigentlich noch offener, als wenn ich jetzt vielleicht auch sogar hier bin. Ich bin jetzt wirklich jemand, ich bin sehr... Ich mag es aktiv zu sein, ich mag es zu machen, ich mag es zu leben. Also ich denke einfach, weil ich so viel erlebt habe, das Leben ist zu kurz, jeden eigenen Augenblick genießen und leben. Naja, sorry, ich schweife wieder ab. Auf jeden Fall, auf jeden Fall war ich am Anfang erst sehr zurückhaltend, weil ich einfach mich rantasten wollte, einfach an die Menschen. Weil man so viel erlebt hat, weil man so oft, weil man immer wieder abgewiesen wurde, hat man eine gewisse Haltung. Und so habe ich mich halt immer mehr näher an die Menschen herangetastet. Gerade wenn du in eine Bank gehst, ne? Wo ich dachte, okay, wo ich dachte, ich unterstreichle, dachte, konservativ, stock im... Ich weiß gar nicht, welche Begriffe ich überhaupt dir sagen darf und welche nicht, welche einfach cutten oder so, gell? Auf jeden Fall hat jeder verstanden, glaube ich. Aber das war nicht der Fall. Das war wirklich nicht der Fall. Krass. Also wegen meiner Homosexualität habe ich bis dato nicht einmal eine negative Erfahrung gemacht. Bis heute? Nicht einmal. Nicht einmal.